Jo Leute, kleine Information noch am Rande, wir können wieder zwei Items gratis bekommen, eins sollten wir sogar schon bekommen, das ist das Backbling, aber ich will es euch gerade mal zeigen, das Ganze funktioniert natürlich mit Twitch. Ich bin, oder was heißt natürlich, es funktioniert halt mit Twitch und was aber natürlich sein sollte, ihr müsst die beiden Kanäle miteinander verlinken, also einmal Twitch und natürlich euren Fortnite Epic Account. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schaut nochmal in die Videobeschreibung, habe ich meinem Video ein kleines Tutorial zu gemacht. Ich tippe hier ganz rechts oben einfach mal, zack, 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 unten auf Drops und lande dann hier in allen Kampagnen oder im Inventar. Im Inventar taucht das bei mir schon auf, es kann sein, dass das bei euch nicht auftaucht, weil ich hatte es schon angeklickt, dann könnt ihr einfach auf alle Kampagnen klicken und scrollt hier so ein bisschen durch und dann seht ihr alle Games, wo gerade Drops hinterlegt sind. Wir suchen jetzt einfach mal zusammen Fortnite raus, hier unten seht ihr es schon, tippst du einfach drauf und siehst, hey, ich habe Sonntag, 4. Dezember, also jetzt bis Dienstag, 6. Dezember, 14 Uhr Zeit, die Items zu sammeln. So sieht das Ganze dann hier aus, Zero Fusion Track, das ist der Soundtrack dazu und eigentlich das Fragment, das Backbling und das ist nämlich das hier. Ja, und das sollten wir eigentlich bekommen, wenn wir uns in dieses Live-Event einhacken, aber irgendwie weiß ich nicht, warum es da jetzt nochmal mit aufgeführt ist oder warum es nicht anders ausgeliefert wird, kann ich jetzt gar nicht erklären, aber das war so. Du solltest es nochmal im Live-Event, wenn du zersplittert gespielt hast oder jetzt halt per Drops es zu bekommen. Vielleicht aber für alle, die nicht im Live-Event waren und keine Zeit hatten, die haben dann halt die Möglichkeit, jetzt im Nachtrag sich das Ding so zu holen. Ich würde es auf jeden Fall machen, selbst wenn ihr im Live-Event wart und ihr habt das Item nicht bekommen, sicher ist sicher, denn das, was wir dafür machen müssen, ist nicht so krass. Wir müssen nur irgendwie so 15 und einmal 30 Minuten einen Stream anschauen. Dafür kannst du dann einfach dir gewisse Streamer raussuchen oder du tippst einfach hier unten drauf, ein Teilnehmender Kanal, dann hast du so eine Auflistung von verschiedenen Streamern, die am Start sind. Und ich nehme jetzt hier erstmal einfach den ersten komplett wertfrei, mir ist das E-Latte jetzt, da steht unten drauf, Drops on, Drops aktiviert und hier auf der rechten Seite guckst du einfach mal bei Neue Ereignisse. Da siehst du sofort, hey, es fängt direkt an zu counten, erhalte die Belohnung, hast du nicht gesehen, hoch und runter und dann musst du halt 15 Minuten das Ding laufen lassen. Du könntest aber auch das mit einem, was weiß ich, nimmst einfach dein Smartphone, machst es darüber und dann hast du es auch. Alles, was du nochmal machen musst, ist dann später auf Drops, wenn es abgeholt ist, auf Abholen klicken. Das müsst ihr noch einmal machen, wenn es fertig ist und dann kriegt ihr es automatisch bei Fortnite. Kann aber sein, dass ihr es nicht sofort kriegt, wenn ihr drauf drückt und dann zwei Minuten später das irgendwie sehen wollt, sondern dass es ein bisschen dauert oder auch einen Tag verzögert. Oder nach diesem 6. Dezember-Deadline, das weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, weil ich lasse es ja jetzt gerade selber erst laufen. Also das für euch als kleine Information, so schaut es aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Items. Wenn ihr Fragen habt, haut es gerne in die Kommentare und ansonsten bis dann. Ciao, ciao. Ciao.